Mein Name ist Maria Sammer und bin seit 2016 bei der Firma Haas angestellt. Ich habe bei der Firma Haas die Lehre als Zimmerer und Fertiglehrer absolviert. Am besten an meinen Beruf gefällt mir, dass ich jeden Tag auf neue Situationen gefasst werde. Mein Tagesablauf, also mein Tag beginnt jeden Tag um 4.30 Uhr, fang um 6 Uhr zum Arbeiten an, dann unser Arbeitstag geht von 6 Uhr bis 3 Uhr und um 9 Uhr und um 12 Uhr haben wir Pause. Also die wichtigsten Voraussetzungen sind, dass man schwindelfrei ist, dann die körperlichen Fähigkeiten und das mathematische Wissen. Meine größte Herausforderung ist, dass man jeden Tag auf neue Situationen eingehen muss. Also mein größter Erfolg in meinem Beruf ist, dass ich eine Topolehrer als Zimmerer und Fertigteilhausbauer, beide mit Auszeichnung, abgeschlossen habe. Also ich habe mich für die Firma Haas entschieden, weil es eine regionale Firma ist, weil es ein Familienbetrieb ist und es ist eine sehr bekannte Firma in meiner Heimatumgebung. Also mir macht es eigentlich Spaß, jeden Tag in die Firma zu gehen, es war ein großer Zusammenhalt mit meinen gesamten Arbeitskollegen, vom Büro angefangen bis über das Werk, es ist überall Zusammenhalt da. Das war die mesma, die ich, die ich zu sein schellen habe. Ich bin bei mir, dass ich habe, wo ich mit dem Leben, das ist, was ich mir leise. Vielen Dank.